Horoskop für heute, Waage, 9. Oktober 2024 Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Der Mond verbringt den Tag in Ihrem Solarhaus, und ein großer Teil von Ihnen möchte bei dem bleiben, was Ihnen vertraut und bequem ist, und das tut Ihnen zu dieser Zeit des Mondmonats gut. Allerdings ist es besonders im weiteren Tagesverlauf eine gute Zeit, um interessante Kontakte zu knüpfen und anregende oder sogar inspirierende Gespräche zu führen. Etwas, das Sie heute oder morgen erleben, kann Sie motivieren, Ihr Bestes zu geben, insbesondere im Zusammenhang mit geistigen Interessen und Projekten. Es kann eine gute Zeit für Gelegenheiten sein, über Gruppen, Bekanntschaften und Netzwerke jemanden Besonderen kennenzulernen. Ihre kreativen Kräfte sind jetzt stark, und Sie haben die sanfte Energie, etwas Neues zu verfolgen oder das zu genießen, was Sie bereits haben. Sie können motiviert sein, wenn es um Lieblingsprojekte, Ideen und Freundschaften geht. Dinge, deren Lernen Sie sich zuvor verweigert haben, können plötzlich ansprechend und relevant werden. Es kann heute Momente großer und sogar inspirierender Harmonie geben. Heute und morgen steht Ihnen eine der wichtigsten Zeiten für Herzensangelegenheiten bevor. Denn Ihr planetarischer Herrscher, unsere süße Göttin Venus, wird durch die Himmel tanzen und sich mit Ihrem kosmischen Geliebten, dem mächtigen Mars, verbinden. Das sorgt dafür, dass in Ihrem Leben und Ihrem Herzen Feuerwerke abgehen könnten. Sie könnten sich plötzlich in ein leidenschaftliches romantisches Abenteuer hineingezogen fühlen, besonders wenn Sie Single sind und offen für die außerhalb Ihres typischen Typs. Jemand da draußen wird Ihnen lüsterne Blicke zuwerfen, und Sie könnten beide bereit sein, die wilde Seite auszukosten. Was möchten Sie sagen? Es ist Zeit, ehrlich zu sprechen, da der Mond im Schützen ein Treigen zum aufsteigenden Mondknoten im Widder und ein Sextil zum absteigenden Mondknoten in Ihrem Zeichen bildet. Normalerweise möchten Sie in Ihrer beruflichen Korrespondenz ruhig bleiben. Dies kann jedoch dazu führen, dass Sie um den heißen Brei herumreden, um den Frieden zu wahren. Glücklicherweise haben Sie heute die Möglichkeit, ehrlich und ernsthaft zu sprechen, ohne Angst davor zu haben, wie Sie aufgenommen werden. Verwenden Sie Ihren Humor, Ihren Witz und Ihre Intelligenz, um Ihren Kollegen Ihre wahren Gedanken und Gefühle mitzuteilen. Wenn der Schlaf gut ist, ist es im Allgemeinen auch der Rest des Lebens. Hin und wieder müssen wir unsere Schlafgewohnheiten bewusst anpassen, damit wir uns gut erholen können. Vielleicht brauchen Sie ein neues Bett. Vielleicht brauchen Sie neue Kissen oder Laken oder etwas Wärmeres oder Kühleres. Streben Sie danach, Ihren Schlafbereich zu perfektionieren. Alles sollte so sein, wie Sie es mögen. Dies ist ein Bereich des Lebens, an dem nicht gespart werden sollte, Ruhe ist das Wichtigste. Heute geht es um Unabhängigkeit und Originalität. Die heutigen Schwingungen werden Sie dazu drängen, Ihrem Weg zu folgen und niemanden zu kopieren oder zu beneiden. Versuchen Sie herauszufinden, was Ihnen am meisten entspricht, was Sie wirklich beschäftigt und lassen Sie den Rest fallen. Sie können sich weiterentwickeln, wenn Sie in Harmonie mit sich selbst leben. Also entkommen Sie und brechen Sie aus Ihrem Gefängnis aus, auch wenn Sie sich allein in den weiten, offenen Räumen ein wenig einsam fühlen. Wie bei jedem monatlichen Besuch verbringt der Mond seine letzten Stunden in ihrem Einkommenssektor, während er mit Neptun in ihrem Arbeitssektor harmoniert. Dieses Mal fällt die Anwesenheit des Mondes jedoch mit der Anwesenheit von Venus, dem Planeten des Geldes, zusammen. Insbesondere entfernt sich Venus von einer vorteilhaften Ausrichtung mit Saturn und nährt sich einem weiteren günstigen Aspekt mit Mars in ihrem Karrierebereich, der morgen seinen Höhepunkt erreichen wird. Diese Ausrichtung verbessert nicht nur Ihre finanzielle Intuition, sondern bietet auch Einblicke in die Entwicklung einer signifikanten Dynamik in den Bereichen Einkommen, Arbeit und Karriere. Da in ihrem Kommunikationssektor keine Planetenaktivität zu verzeichnen ist und einige potenziell herausfordernde Tage bevorstehen, wenn es darum geht, ein Gleichgewicht zwischen ihren eigenen Bedürfnissen und denen ihrer Beziehung herzustellen, ist die heutige Rückkehr des Mondes eine Chance, die Kommunikationskanäle frühzeitig zu öffnen. Obwohl es hier seit Anfang des Jahres keine Planetenaktivität mehr gab, ist Venus, der Planet der Liebe, elf Tage entfernt, was dies zu einer Chance macht, den Ball ins Rollen zu bringen. Täglicher Planetenüberblick Die heutige kosmische Ausrichtung fördert emotionale Reife und Selbstbewusstsein, da der Mond im Schützen im Quadrat zu Saturn im rückläufigen Sternbild Fische steht. Dies kann ein Tag sein, an dem ihre Reaktion Bände über ihren emotionalen Zustand und ihre Entwicklung spricht. Das Quadrat von Mond und Saturn kann sich manchmal wie ein Tauziehen zwischen dem Wunsch anfühlen, ihre Gefühle frei auszudrücken und der Notwendigkeit, sich für das große Ganze zurückzuhalten. Es ist eine Erinnerung daran, dass ihre Gefühle zwar gültig sind und Raum verdienen, es aber wertvoll ist, kritisch und bewusst zu sein, wie viel sie teilen, wann und mit wem. Waren sie schon einmal in einer Situation, in der sie sorgfältig abwägen mussten, wie viel sie preisgeben und dabei Ehrlichkeit und Taktgefühl in Einklang bringen mussten? Das ist die Energie heute. Es geht nicht darum, ihre Gefühle zu unterdrücken, sondern zu lernen, die Stimmung im Raum zu lesen und auf eine Weise zu reagieren, die ihnen entspricht, während sie gleichzeitig die Gefühle anderer berücksichtigen. Emotionale Reife bedeutet nicht, ihre Gefühle zu ignorieren, sondern sie auf eine Weise auszudrücken, die Verständnis fördert, anstatt bestehende Spannungen zu verstärken. Denken Sie an eine Situation, in der Sie ein schwieriges Gespräch mit Anmut gemeistert haben. Wie haben Sie sich danach gefühlt? Wenn Sie über diese Momente nachdenken, kann Ihnen das das Selbstvertrauen geben, heute mit derselben Weisheit an die Sache heranzugehen. Diese Energie schafft die perfekte Umgebung für tiefgründige, bedeutungsvolle Gespräche. Vielleicht finden Sie heraus, dass Sie mit jemandem eine Verbindung aufbauen, die über die Oberfläche hinausgeht und tiefere Themen anspricht, die die Seele nähern. Ob mit einem engen Freund, einem Partner oder einer neuen Person, diese Gespräche können Ihnen ein Gefühl der Erfüllung und des Verständnisses geben. Hatten Sie schon einmal ein Gespräch, bei dem Sie sich zutiefst verstanden fühlten, als hätte Sie jemand wirklich verstanden? Solche Verbindungen sind heute möglich, also seien Sie offen dafür. Seien Sie jedoch auf gelegentliche Ablenkungen oder Unterbrechungen gefasst, es ist normal, dass das Leben Ihnen einen Strich durch die Rechnung macht, wenn Sie mitten in etwas Wichtigem stecken. Vielleicht ist es ein Telefonanruf, ein unerwarteter Besucher oder ein triviales Problem, das das Gespräch vorübergehend entgleisen lässt. Lassen Sie sich davon nicht aus der Bahn werfen. Bleiben Sie flexibel und bringen Sie die Dinge sanft wieder auf Kurs. Wurden Sie schon einmal von etwas Kleinem abgelenkt, nur um später zu erkennen, dass es die Unterbrechung nicht wert war? Die ruhige und geerdete Energie von heute wird Ihnen helfen, diese kleinen Unebenheiten mit Leichtigkeit zu bewältigen, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Beziehungen stehen heute im Vordergrund, egal ob romantisch, platonisch oder beruflich. Die wunderbare Nachricht ist, dass die Menschen ganz natürlich ihre Gesellschaft suchen. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an denen sich alle zu Ihnen hingezogen fühlen, als wären Sie ein Leuchtfeuer der Wärme und Offenheit? Diese Art von Energie strahlen Sie heute aus. Andere finden Sie zugänglich, was Ihnen die Tür zu neuen Kontakten oder tieferen Bindungen mit den Menschen öffnet, die bereits in Ihrem Leben sind. Sie werden vielleicht feststellen, dass sich insbesondere Frauen von ihrer Energie angezogen fühlen, was eine großartige Gelegenheit darstellt, weibliche Freundschaften zu stärken oder neue kennenzulernen. Aber denken Sie bei all diesen Kontakten und dem Flow daran, dass es darauf ankommt, sich selbst zu zügeln. Vielen Dank. Vielen Dank.